Mit einer Fläche entlang verschieben kann ich in Rhino beliebige Objekte auf andere Objekte auftragen. Dazu braucht es jeweils eine Grundfläche und eine Zielfläche. Aber fangen wir von vorne an, und zwar mit den Kurven. Zunächst baue ich aus dieser Fläche ein Hilfsobjekt mittels Kurve aus Objekten. Ich kann Kurven abwickeln von diesem Objekt und erhalte dieses Viereck. Dieses Viereck entspricht der Abwicklung der UV-Kurven dieser Fläche. In diese Fläche baue ich jetzt ein paar Kurven, und zwar durch einfachen Text. Ich nehme diesen Text und positioniere den freihändig irgendwo hin. Und da ist er auch schon. Jetzt könnte ich beide Objekte zusammen durch Kurven aufwickeln, wieder auf die Fläche bringen. Aber wir wollen ja ein anderes Werkzeug verwenden, und zwar einer Fläche entlang verschieben. Ich möchte dieses Objekt einer Fläche entlang verschieben. Und jetzt soll ich eine Grundfläche nah an einer Ecke klicken. Ich habe keine Grundfläche, kann die aber jetzt erzeugen. Hier mit Ebene, dann wähle ich diese Eckpunkte aus, das und das. Und dann brauche ich nur noch die Zielfläche anzuklicken. Damit ist das Ergebnis schon fertig. Am Ergebnis kann ich auf diese Art und Weise nichts mehr ändern. Das kann man auch ein bisschen verbessern, indem wir die Historie anwenden. Ich mache es zunächst mal rückgängig. Nein, das darf ruhig bleiben. Ich stelle einmal die aktive Ebene um, um eine bessere Farbe zu haben. Und das Objekt werde ich jetzt auch in der Ebene ändern. Wenn ich Objekte nachträglich noch ändern möchte, muss ich zuerst die Historie einschalten. Das heißt, das Aufnehmen, indem ich hier einmal klicke, dann ist das blau. Das muss ich auf jeden Fall vor meiner Operation machen. Transformieren. Eine Fläche entlang verschieben, wie vorher dieses Objekt. Dann lege ich eine Ebene fest. Von dem Eckpunkt zu dem Eckpunkt und klicke meine Zielfläche an. Das Ergebnis ist dasselbe wie vorher, aber mit dem Unterschied, dass ich mein Eingabeobjekt noch ändern kann. Ich kann das beispielsweise skalieren. Da sieht man hier sofort die Änderung. Und ich kann das auch in der Position verschieben. Das heißt, in der Höhe, dann wird es weiter von der Fläche entfernt. Weil es ja auch weiter von meiner Grundfläche entfernt ist. Das zu den Kurven und mit Flächen oder Flächenverbänden wird es nicht schwieriger. Es ist derselbe Vorgang. Ich habe hier was vorbereitet, und zwar dieses Muster. Dieses Muster soll mit den Streifen hochkant auf dieser Fläche liegen. Also die Streifen sollen quasi senkrecht verlaufen. Dazu liegt das Objekt nicht gut. Ich drehe das zunächst um 90 Grad. Mittels Orthogonal. Und damit ich eine schönere Geometrie habe, werde ich hier eine lineare Anordnung machen. Transformieren. Anordnet linear. Ich möchte fünf Elemente insgesamt haben. Und lege jetzt einen ersten Referenzpunkt und einen zweiten Referenzpunkt fest. Und bin fertig damit. Dieses Muster ist so ausgelegt, dass es nahtlos aneinander reihbar ist. Also wenn ich diese Objekte alle markiere und verbinde, dann habe ich einen Flächenverband, der nur noch an den Rändern offen ist und nicht irgendwo in der Mitte. Der Übersichtlichkeit halber baue ich jetzt eine Referenzfläche unter das Objekt, und zwar indem ich eine Fläche erzeuge, Eckpunkt zu Eckpunkt. Von diesem Endpunkt zu diesem Endpunkt liegen die Eckpunkte. Das ist jetzt meine Referenzfläche und das ist das Objekt, was ich transformieren möchte. Und das schiebe ich jetzt ein bisschen höher, damit das nicht unten herausragt. Selber Vorgang. Transformieren. Einer Fläche entlang verschieben. Dieses Objekt. Jetzt schauen wir einmal kurz in die Optionen. Und zwar, natürlich möchte ich das Objekt kopieren. Starr soll es nicht sein, sonst würde es einfach nur dahin transportiert. Eine Ebene brauche ich nicht festzulegen, die habe ich ja eben selbst erzeugt. Normalen Beschränken brauche ich auch nicht. Ich möchte es auf jeden Fall automatisch anpassen. Das heißt, wenn das Objekt zu kurz wäre, dann würde beim Aufwickeln eine Lücke entstehen. Und wenn es zu lang wäre, würde es halt überlappen. Es soll automatisch angepasst werden. Und die Struktur des Objektes muss ich nicht beibehalten. Es wird immer noch nach der Grundfläche gefragt. Das ist hier und da ist das Ziel. Und das ist mein Ergebnis. Das sieht genau aus wie erwartet. Das heißt, die gesamte Geometrie ist gebogen. Es ist nirgendwo aufgesprungen. Und es ist nahtlos gewickelt. Ich mache noch einmal rückgängig, weil ich das Ganze nicht brauche. Ich möchte jetzt ein Polygonnetz aufwickeln. Aber ich habe ja noch gar kein Polygonnetz. Dafür habe ich ein Bild. Und zwar dieses Bild hier. Es sieht so aus. Das ist entstanden in einem Bildbearbeitungsprogramm. Das ist ein Text. Und darauf ist ein Weichzeichner gelegt worden. Daher kommen diese unscharfen Übergänge. Und diese unscharfen Übergänge, die haben eine Funktion. Es ist nämlich so, dass der Weißanteil eine gewisse Höhe haben wird und der Schwarzanteil. Und alles dazwischen wird interpoliert. Und da ich hier so einen weichen Übergang habe, erwarte ich eine schöne Ausrundung zwischen Weiß und Schwarz. Zurück zu Rino. Im Menü Fläche kann ich ein Relief aus einem Bild erzeugen. Dann nehme ich dieses Bild. Und ziehe das zuerst einmal im Ansichtsfenster auf. Wo das genau liegt, ist egal. Ich richte es achsparallel aus, mit orthogonal. Und dann komme ich zu diesem Dialog. Was möchte ich erzeugen? Ich möchte auf jeden Fall ein Polygonnetz erzeugen und nicht eine NURBS-Geometrie. Die Anzahl der Beispielpunkte, das entspricht dann der Aufteilung des Polygonnetzes, der ist bei mir 1000 mal 200, weil das Bild in etwa diese Maße hat. Die Höhe soll 7 mm sein, also Weiß hat eine Höhe und Schwarz hat eine Höhe. Und der Unterschied dazwischen ist dann 7 mm. Ich kann das auch direkt negativ einstellen. Dann bekomme ich den umgekehrten Vorgang. Ich stelle mal auf minus 7 mm ein. Und das Bild möchte ich als Textur einstellen. Das ist mein Ergebnis. Aus dem Bild ist ein Polygonnetz entstanden, das so aussieht. Ja, das ist vielleicht doch ein bisschen hoch. Ich könnte das niedriger machen. Und zwar werde ich zunächst einmal den Gumball verlagern. Per Doppelklick und dann wähle ich irgendeinen der unteren Scheitelpunkte und skaliere dann. Und zwar frei Auge. Ah, jetzt habe ich aus Versehen eine Kopie erzeugt. Ich bin einmal an die Alt-Taste gekommen. Es ist mir immer noch zu hoch. Ich skaliere es noch ein bisschen runter. Das gefällt mir schon besser. Jetzt sehe ich allerdings noch diese schwarzen Stellen hier. Das liegt daran, dass ich das Bild noch als Textur habe. In den Eigenschaften des Objektes kann ich beim Material die Textur einfach löschen. Und jetzt sehe ich nur noch die reine Geometrie. Also, was jetzt entstanden ist, das ist ein Polygonnetz aus dem Bild. Das sieht sehr glatt aus. Und wenn wir das in Schattiert anschauen, dann sieht man auch die Struktur. Es ist also ein sehr dichtes Polygonnetz, aber es hat sehr schöne Ausrundungen. Das kommt durch die Weichzeichnung des Bildes zustande. Der nächste Schritt ist also das, was wir schon kennen. Das einer Fläche entlang verschieben. Transformieren, einer Fläche entlang verschieben. Dieses Objekt. Ich habe wiederum keine Grundfläche. Kann ich mir jetzt schnell erzeugen. Von diesem Scheitelpunkt zum gegenüberliegenden. Jetzt wird schon nach der Zielfläche gefragt und die klicke ich jetzt an. Und das ist mein fertiges Ergebnis. In der gerenderten Anzeige sieht das auch ganz freundlich aus. Es ist kein Fehler zu sehen. Für einen 3D-Druck beispielsweise würde dieses Ergebnis schon lange ausreichen. Hätte ich das Ganze mit Historie gemacht, könnte ich an dem Ursprungsobjekt noch etwas ändern. Das heißt, ich könnte das noch flacher machen oder invertieren oder sonst was, ohne dass ich diesen Vorgang mit dem einer Fläche entlang verschieben nochmal machen muss. Aber was ist denn mit dem umgekehrten Fall? Stellen wir uns vor, das hier ist ein Scan, den ich gemacht habe und ich möchte den gerne flach legen, um damit irgendetwas anderes zu machen. Zunächst einmal räume ich hier ein bisschen auf. Und zwar, das kann ruhig weg. Und jetzt möchte ich eine Fläche haben, auf die ich das hier abwickele. Also das Krumme wieder gerade machen. Die Kurven von eben, die habe ich verloren. Also erzeuge ich mir die noch einmal neu. Kurve aus Objekten, Kurven abwickeln von dieser Fläche. Hier, da liegen die Kurven und damit das etwas übersichtlicher wird, schiebe ich das hier hinten hin. Dann können wir das besser verfolgen. Na, es muss aber noch ein bisschen weiter. Das ist also mein Ziel. Aber eine Kurve reicht nicht. Ich muss daraus eine Fläche bauen. Mache ich mit planaren Kurven. Und die Kurve kann auch ruhig weg. So, jetzt nochmal genau dasselbe. Also, transformieren. Einer Fläche entlang verschieben. Ja, dieses Objekt. Die Grundfläche identifiziere ich hier. Und dann die Zielfläche. Es sieht aus, als ob das schon gelungen ist. Wir schauen vorsichtshalber in der gerenderten Anzeige. Ja, das sieht nicht so schlecht aus, aber irgendwas ist da faul. Zunächst einmal liegt da meine Fläche noch drunter. Die kann ich löschen. Sieht aber immer noch nicht richtig aus. Es liegt daran, dass mein Ursprungsobjekt geschlossen ist. Und das werde ich hier auf eine offene Fläche auftragen. Das funktioniert nicht gut, weil es soll ein geschlossenes Objekt entstehen. Und das ist genau der Effekt, den ich hier sehe. Das lässt sich leicht reparieren. Und zwar, das ist dieses Polygonnetz, was eben entstanden ist. Mit der Auswahl von Teilobjekten lösche ich hier etwas. So einen kleinen Bereich. Jetzt sieht das schon mal besser aus, aber noch nicht ganz, glaube ich. Mal sehen, auf der anderen Seite, da haben wir Ähnliches. Ich denke, das könnte jetzt in Ordnung sein. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Da gibt es nicht mehr diese komische Fleckigkeit beim Drehen. Mit dem, was ich jetzt hier aufgewickelt habe, beziehungsweise abgewickelt habe, kann ich irgendetwas tun. Das kann ich auf andere Objekte aufwickeln oder sonst wie weiterverarbeiten. Zum sonst wie weiterverarbeiten fällt mir ein, man könnte daraus ein NURBS-Objekt machen. Das ist natürlich ausgesprochen schwierig, aus diesen kleinen einzelnen Flächen immer etwas zu machen und das dann schön glatt zusammenzufügen. Deswegen gehen wir einen Umweg über die Sub-D-Werkzeuge. Und zwar erstelle ich aus diesem Polygonnetz zunächst einmal ein anderes. Und zwar mit der Vierecks-Neuverwaschung. Dazu verwende ich dieses Objekt, mein Polygonnetz, suche mir eine Anzahl an Vierecken aus, die ich gerne erhalten möchte. Ich habe eben schon mal experimentiert. 4000 erschienen ganz gut. Ich möchte auf jeden Fall gleich ein Sub-D erhalten und nicht nur ein Polygonnetz. Und das soll durch die Punkte interpoliert werden. Ich möchte auch eine Vorschau haben, ob das wirklich gut ist, was ich da tue. Dabei möchte ich die Eingabeobjekte ausblenden und die Eingabeobjekte möchte ich später gelöscht haben. Das, was ich jetzt im Hintergrund sehe, ist das fertige Sub-D-Objekt, so wie es entstehen würde. Das sieht ziemlich glatt aus. Das können wir gleich nochmal überprüfen. Zunächst gebe ich OK und habe mein fertiges Ergebnis. Um einmal zu sehen, ob das wirklich schön glatt ist, verwende ich die Analyse und zwar die Umgebungstextur. Ja, und das sieht wirklich schön glatt aus, ohne dass ich große Mühe gehabt hätte. Die nächste Idee wäre, dieses Objekt zu einem NURBS-Objekt zu machen. Das ist nur ein weiterer Schritt und zwar Objekte in NURBS umwandeln. Dieses Objekt. Das Ausgangsobjekt kann ich ruhig löschen. Ja. Und ich stelle keine weiteren Optionen ein, sondern schaue einfach mal, was dabei herauskommt. Das ist jetzt mein NURBS-Objekt. Das ist zusammengesetzt aus vielen einzelnen Teilen, die aber so miteinander verbunden sind, dass es keine Knicke gibt. Die Übergänge sind also völlig okay und es gibt keine offenen Kanten. Besser kann man das sehen, wenn die Anzeige der ISO-Kurven abgeschaltet ist. So sieht die tatsächliche Fläche aus beziehungsweise der Flächenverband und kann für sonst was verwendet werden. Und das ist eine große Herausforderung.